Hallo, guten Morgen, ich bin da zu euch gekommen und jetzt schauen wir, wo das kleine Putzele ist. Da ist das kleine Putzele. Ja, bist du noch dieses Putzele? Kommst du einmal zu mir, kleines Putzele? Wo ist das kleine Putzele? Das kleine Putzele ist jetzt weg. Hallo, wo ist das kleine Putzele? Das kleine Putzele ist da hinten. Ach so, ein liebes Putzele.